Löbau ist eine Kleinstadt zwischen Bautzen und Görlitz. Die Stadt liegt in der Sächsischen Oberlausitz. In diesem Jahr fand hier die Sächsische Landesgartenschau statt. Die Sächsische Landesgartenschau gibt es auf diesem Kanal ein eigenes Video. Für dieses Video habe ich einen kleinen Stadtspaziergang unternommen. Dies ist das König Albertbad. Hier gibt es sechs Eisensalz- und schwefelhaltige Quellen. Das spätklassizistische Badehaus wurde 1875-76 nach Plänen des Dresdner Architekten Ernst Giese gebaut. Unser Rundgang beginnt in der Brunnenstraße. Vor diesem Gebäude steht die Wettersäule des Humboldt-Vereins. Sie wurde 1887 errichtet. Die Skulptur der Nachdenkliche wurde von Klaus Bramburger geschaffen. Vom Arkadenhof in der Ritterstraße sieht man den Turm der Nikolaikirsche. Bereits 1838 war an dieser Stelle das Amtsgericht. Damals war es noch königlich-sächsisch. Das romantische Badgästchen führt zum Altmarkt, den wir später besuchen. Hermes ist der Patron des Handels. Von 1899 bis 1945 wachte er über das Hotel Merkur. Heute ist im Haus eine Drogerie untergebracht. Wir sind in der Bahnhofsstraße. Die Nikolaikirche wurde bereits 1293 erstmals urkundlich erwähnt. Die Statuengruppe am Hauptportal stammt aus dem Jahr 1889. Sie wurde vom Dresdner Bildhauer Röder geschaffen. Ein Blick zum Altar der evangelischen Kirche. Dies ist das Denkmal für den Kaplan Abraham Sturz. Er starb 1665. Der Altar. Die Orgel der Nikolaikirche stammt aus dem Jahr 1992. Die alte war verschlissen. Bei der Restaurierung 1884-85 ging leider einiges vom alten Glanz verloren. Von der Nikolaikirche aus sieht man schon den Rathausturm. Die Ratsherren der Stadt thronen direkt am Altmarkt. Nicht alles ist hier historisch. Die Gebäude an der Stirnseite wurden erst 1996 errichtet. Das Rathausportal mit dem Stadtwappen. Nach dem großen Stadtbrand 1710 brauchten die Löbauer ein neues Rathaus. Das heutige Rathaus wurde 1711 bis 1714 erbaut. Es wurde später gelegentlich umgebaut. Zuletzt 1992. Das grüne Haus Schlockwerder wurde im Jahr 1712 errichtet. Es war später lange ein Bankhaus. Das Rathaus wurde schon um 1700 erbaut und ist eines der ältesten Häuser in Löbau. Über die Badergasse gelangt man zum Neumarkt. Das Haus rechts wurde 1897 erbaut. 1904 eröffnete hier die erste Adam-Opel-Vertretung in Löbau. In diesem Haus wurde schon 1814 ein Bier-Ausschank eröffnet. Das 1902 erbaute Haus wurde in den letzten Jahren liebevoll restauriert. Die Postsäule stammt aus dem Jahr 1725. Ein kleiner Rest der alten Stadtbefestigung. Vom Neumarkt gelangen wir zur Promenadenstraße. Ein schöner Blick zum Amtsgericht. Hinter den Bäumen grüßt noch einmal die Nikolainkirche. Wir gelangen in die Poststraße. Das Postgebäude wurde 1887-88 errichtet. Heute existiert hier kein Postamt mehr. Noch ist nicht alles restauriert. Für den Lidlmarkt mussten einige Bürgerhäuser weichern. Für den Lidlmarkt mussten einige Bürgerhäuser weichern. Die Sachsenstraße hieß früher Lindenstraße. In der DDR-Zeit hieß sie Straße der jungen Pioniere. Dieses Haus aus dem Jahr 1867 sollte eigentlich eine Militärkaserne werden. Doch dieser Plan trat nie ein. Das Haus war lange ein Hotel. Am 1845 bis 1847 gebauten Bahnhof endet unser Stadtspaziergang. Am 1880 bis 20 мире einfalleien Teil . Am 1945 bis 18. Vielen Dank.